Du bist nicht ein Kind des deiner Mutter oder deines Vater. Wir honoren sie. Wir honoren die Eltern. Wir respektieren sie. Aber wir sind hierhergekommen und auftragen. Und wenn du aufgemacht bist, du wirst nicht morgen erwarten, du wirst jetzt nicht morgen erwarten, heute, jetzt. Und du kommst nicht mit einer Ausrede, ich weiß nicht, ich bin nicht perfekt. Ich habe kein Geld. Denn wenn du mit dem Königreich verbunden bist, alles, was du brauchst, wird sich offenbar. Tessli! Überprüfe mich. Tessli! Tessli! Und wenn du wach bist, alles, was du hier tun sollst, wird sich ausweichen, wie ein Domino, wie ein Domino. So, wieso jemand bereit ist, ich möchte, was Gott gesagt hat, mit dir zu tun. Hat jemand Fragen? Du kannst hierher kommen. Wenn du krank bist, dann heilt es. Wenn du sagst, ja, ich weiß nicht, wo Gott ist. Da ist Gott in jedem von euch. Ich weiß nicht, was das Herrliche Gottes ist. Das Herrliche Gottes ist innerhalb von dir. Wenn du in der Menschlichkeit warm lebst, wenn deine Eltern sterben, dann bekommst du eine Erbschaft. wenn du mit dem Reich verbunden bist, dein Vater, dein Vater, dein Vater, wird dich verbränen. Das Herrliche Gottes. 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 Die Frau, die Frau, die Frau, die Frau, die Frau an der Sie- Vielen Dank.